Hallo, mein Name ist Jan Klingelhöfer und ich bin der sportpolitische Sprecher der SPD-Fraktion im Römer. Früher war ich Morgenmensch, heute bin ich echt Nachteule geworden. Ja, das war in der letzten Legislaturperiode der Stadionvertrag mit der Eintracht auszuhandeln und der freie Eintritt für Kinder in die Schwimmbäder unter 15 Jahre. Einmal möchte ich gern, dass die Sportvereine gerade für die Kinder- und Jugendmannschaften keine Hallennutzungsgebühren mehr zahlen und die Schwimmvereine auch keine Nutzungsgebühren der Hallenbäder. Das war auch schon vor der SPD rot. Tja, der beginnt morgens im Bett und endet auch da.